Aloha und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Kategorie der Biologie hier auf oberprima.com. Ich bin Kiyaka Hauer und heute geht es um folgendes Thema. Schritt 1. Erregung des Aktionspotenzials Wird die Zellmembran eines Neurons in einem Versuch mit einem kurzen Stromimpuls gereizt, dann lassen sich zwei verschiedene Reaktionen beobachten. Das Membranpotenzial kann passiv dem Reizstrom folgen und zum Ruhepotenzial zurückkehren. Diese passive Reaktion tritt auf, wenn eine Hyperpolarisation bewirkt wird, das Membranpotenzial also etwas negativer oder etwas positiver wird. Das geschieht zwischen 10 mV und minus 15 mV Reizstrom. Wird die Membran eines Neurons dagegen bis zu einem bestimmten Schwellenwert depolarisiert, das geschieht bei plus 15 mV Reizstrom und darüber, dann wird aktiv ein elektrisches Signal erzeugt, nämlich das sogenannte Aktionspotenzial, auch Nervenimpuls genannt. Das Ausgangssignal wird verstärkt. Ein Aktionspotenzial wird nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip ausgelöst. So, im nächsten Video geht's weiter mit Schritt 2. Bis hierher aber erstmal Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte wie immer in die Kommentare.